Ich finde es auch toll, wie Sie mit dem Ding umgehen. Ich würde mich das nicht trauen. Ich habe das Ding ja schon acht Jahre lang. Ich habe schon gut geübt. Sind Sie da geschult worden, als Sie den Ding bekommen haben? Es gibt von der Volksschule Kurse für handbetriebene Rollstühle und von dem Herrn Utz für Elektrorollstühle. Und er hat mir einen einzelnen Kurs gegeben, ab 10 Euro kostet dann die Stunde und dann wie gesagt zwei Stunden. Und das zweite Mal kann man wirklich dann ins Haus und er hat mir wirklich beigebracht, auch wenn ich in diesen winzigen Aufzug reinkomme.